Seyp, was machst du? Pagetti Carbonara, das Original. Ich mache es so, wie es ihr wollt, nämlich ohne Sahne. Zuerst haben wir da einen Speck, den lassen wir jetzt mal heiß aus. Das ist ein Bauchspeck, ich habe keine Pancetta. Ich weiß, wir brauchen eine Pancetta. Dann brauche ich ein paar Eidotter. Da tun wir jetzt mal einen Parmesan hinein. Kennen wir ja noch gar nicht. Warum nicht? Wir haben ein blaues Brett. Seht ihr das? Mit Absicht blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Politisch nicht, aber so. Blaue Augen, blaues Hemd, blaue Hosen. Ich gebe ein bisschen Knoblauch dazu, das mag ich. Es ist mir wurscht, ob ihr euch aufregt oder nicht. Es ist mir völlig geblasen. Ich weiß, dass die Leute bei mir schmecken. Das weiß ich. Ein klar trennen. Dotter zur Bindung in die Masse geben. Ruhig bleiben mit der Kamera. Heute möchte ich echt keine Beschwerden haben. So, jetzt ein Parmesan. Ja. Ich habe ja mittlerweile 320.000 Fußball-Expertinnen. Experten und Expertinnen. Spaghetti Carbonara, das Original. Spaghetti Carbonara, das Original.